Guten Abend, Sylvie. Guten Abend. Sie hatten in Ihrem Leben einige außergewöhnliche Erfahrungen. So hatten Sie im Jahr 2012 eine Nahtoderfahrung. Zuvor hatten Sie noch eine Begegnung mit Ihrem Ehemann, der bereits seit zwei oder drei Jahren verstorben war. Mit welcher wir hier beginnen. Können Sie uns schildern, wie Sie diese Begegnung erlebten? Gerne. Nun, ich kenne meinen Mann gut genug. Mein Mann war beim Militär und 1998 hatte ich sozusagen immer wieder Vorahnungen von bestimmten Ereignissen. Am 27. Februar 1998, dann richtete er im Kellerbereich das Auto her, wobei ich mit der Logistik befasst war. Er kam dann zu mir und nannte mich wie immer bei meinem Grusenamen Cadet und sagte, Cadet, hast du alles vorbereitet? Ja, sagte ich, aber ich hatte so ein Gefühl, nicht in den Urlaub fahren zu wollen. So sagte er zu mir, ach, deine Vorahnung, ich belade das Auto, wir fahren um 5.30 Uhr los. Samstagabend kamen wir an. Sonntagfrüh buchten wir unsere Skilifte, kümmerten uns um Skier, die Skischuhe und all das. Am Montagmittag fiel einer meiner Zwillinge auf eine zu eisgefrorene Stelle, schlug mit dem Kopf auf. Plötzlich sagte er, Maman, das Skizentrum bringt uns noch ein großes Unglück. Wir hatten eine Ferienwohnung in einem Areal von L'Anse-le-Villard, nahe bei L'Anse-le-Bourg, Mondon, gemietet. Wir aßen, mein Mann war im sogenannten Skipantoffel-Club dieses Zentrums angemeldet. So gingen wir dann in die Skischule. Um 17 Uhr waren wir verabredet, um unsere Skier und alles andere zum Auto zu bringen. Er stieg die Treppe hinunter und ging, kam jedoch zurück und sagte, Okade, ich vergaß dir einen Kuss zu geben. Er küsste mich, es war ein langer Kuss, eben kein Kuss, als ob wir uns eine Stunde später sehen. Er ging mir die Treppe hinunter und sagte noch, leb wohl. Ich dachte, warum leb wohl? Nun gut, meine Kinder waren beim Skilehrer in der Skischule. Man sah dann einen Hubschrauber, der über unsere Köpfe hinwegflog und eine, nun sogenannte, Trage transportierte. Der Skilehrer sagte lachend, noch einer, der sich ein Bein gebrochen hat. Um 17 Uhr war ich beim Auto und fand dort einen Kleinbus der Polizei vor. Ich wurde gefragt, Madame Ademont? Ich bejahte und wusste sofort, dass meinem Mann etwas zugestoßen war. Er wurde nach Modan in die Leichenhalle gebracht. So kam er dann als Leichnam zurück und wurde beerdigt. Ich konnte zwei Jahre nicht in meinem Bett schlafen, weil er für mich eben nicht tot war. Mein Mann benutzte seit seinem 18. Lebensjahr immer dasselbe Parfüm, Couros, von Yves Saint Laurent, auch kurz bevor er starb. Mein jüngerer Sohn, der damals siebeneinhalb Jahre alt war, lehrte einmal das wenige Courant, das noch über war, aus und wurde dafür von seinem Vater ausgeschimpft. Nun, ich schlief zwei Jahre lang auf dem Sofa, entschloss mich dann aber irgendwann wieder in meinem Bett zu schlafen. Eines Tages dann, ich befand mich aufgerichtet vor meinem Bett, war mein Mann da. Er war sehr muskulös, hat viel Sport getrieben und da stand er nun, vor mir. Er trug seinen blauen Morgenmantel aus Pyrenäenwolle, den ich gekauft hatte und der hier im Brustbereich offen war. Und da am Ende des Tages der eine Unterschenkel doppelt so dick war wie der andere, trug er weite Boxershorts aus locker leichtem Gewebe. Ich erinnere mich an die Farbe der Shorts. Rot, mit Hibiskusmuster. Tahitianische Shorts. Mein Mann stammte aus Martinique, wurde aber in Toulon geboren. Und da stand er nun vor mir. Und ich sagte zu ihm, Christian, warum hast du mich und die Kinder verlassen? Wir liebten dich so sehr, warum? Wie soll ich mit der Hausarbeit und all dem fertig werden? Wie soll ich all das nur schaffen? Nun war er da, lächelte mich an, so wie er zu lächeln pflegte. Ich sah sogar seinen Zahn. Er hatte eine Krone. Seine Primaluaren waren aus Silber. Ich erkannte seinen Geruch. Er sagte zu mir mit einer Stimme, die weit, weit weg war, leise gedämpft. Ich hatte keine Wahl. Du musst wissen, dass ich dich nie verlassen hätte, dich und die Kinder, aber ich hatte keine Wahl. Ich werde immer für dich da sein. Ich hatte keine Wahl. Ich sagte, wie soll ich das nur machen? Er antwortete mir, ich hatte keine Wahl. Nun lehnte ich meinen Kopf an seine Schulter, so wie ich es immer getan habe. Ich legte meine Hände um seine Taille, spürte die Wärme seiner Haut. Es war wirklich sein Körper und nichts Virtuelles. Das spürte ich. Ich nahm ihn in meine Arme und fragte ihn, warum verlässt du mich? Und er antwortete, ich hatte keine Wahl, Kadé. Niemals hätte ich dich und die Kinder verlassen. Dann ging er. Ich ging zu Bett und am nächsten Tag dachte ich, ich hätte geträumt. Aber als meine Kinder ins Zimmer kamen, rochen wir Kouros, das Parfüm meines Mannes. Und dann sagte ich mir, so war es doch kein Traum. Er war es, den ich sah, mein Mann. Und nun verdanke ich Ihnen, Kathrin, dass Sie mir etwas gesagt haben, wo es bei mir Klick gemacht hat. Nämlich von 1998 bis 2023. Ich habe mir die Berichte angesehen von all den Menschen, die im Koma waren oder eine Nahtoderfahrung hatten. Als diese Menschen in ihren Körper zurückkehrten, funktionierten Gehirn und Herz wieder. Mein Mann pflegte beim Wintersport, also beim Skifahren und Pantoffelskifahren zusammen mit der Gruppe, zu dem Ort La Femaz hinauf zu steigen. So heißt der Ort, wo diesmal der Sessellift kaputt war, so dass er 10 oder 15 Meter zu gehen hatte, um entweder den Sessellift oder den Schlepplift zu erreichen. Dabei ist er wegen eines Hämoperikats, eines blutenden Gefäßes im Herzboll zusammengebrochen. Das Herz wurde dabei zusammengedrückt und explodierte. Und jetzt verstehe ich auch, wenn er sagt, ich hatte keine Wahl, denn sein Herz war explodiert. Um wieder in den Körper einzutreten, müssen Gehirn und Herz funktionieren. So wie ich das aufgrund all der Nahtoderfahrungen verstanden habe. Er konnte nicht wieder zur Erde zurückkehren. Sein Herz funktionierte nicht mehr. Es war explodiert. Nun, nach dem Tod meines Mannes ging ich auch weiterhin zum Wintersport. Meiner Kinder wegen habe ich meine Lebensgewohnheiten nicht geändert. Ich fuhr nach La Femaz, wo er vermutlich gestorben ist. Dort setzte ich mich hin und weinte. Jedoch empfand ich nichts dabei. Eines Tages, es war im Sommer, traf ich jemanden, der nur zu mir sagte, lass uns doch nach La Femaz hinauffahren. Auch müssen wir dort noch Eier holen. Du bleibst in La Femaz und ich gehe mit deinen Jungs runter zum Radfahren. Und dann saß ich da mit meiner Rose und sprach zu meinem Mann. Ein Herr kam auf mich zu und sagte, was ist denn mit Ihnen los, meine kleine Dame? Ich sagte, ich habe hier meinen Mann vor ein paar Jahren durch eine Herzattacke verloren und ich bin gekommen, um mit ihm zu sprechen. Und dieser Herr sagte zu mir, aber er ist nicht hier gestorben, gnädige Frau. Und so fragte ich ihn, woher er das wisse. Er starb in La Femaz, aber in dem La Femaz, das am See Valkenis liegt. Gehen Sie zum Valkenissee. Auf der linken Seite sehen Sie ein kleines Schild. La Femaz. Und in diese Richtung gehen Sie. Ich habe meinen Freund gebeten, mit mir dorthin zu fahren. Als ich dort dann aus dem Auto stieg, Kathrin, mich überkam dabei ein Wohlgefühl. Ich kann es dir nicht sagen. Irgendwie außerhalb der Zeit. Ich berührte dann die Stange des Schlepplifts und ging noch die 15 Meter bis zum Sessellift. Was auf der linken Seite war, sah ich nicht. Zwar sah ich nichts und dennoch fühlte ich, wo er gestorben war. Als ich mich dann plötzlich umdrehte, was sah ich da? Vier oder fünf Murmeltiere auf ihren Hinterbeinen sitzen, die mich anstarrten. Normalerweise suchen die Murmeltiere das Weite. Nun jedoch rührten sie sich nicht. Sie starrten mich nur an. Ich fühlte mich so wohl, als ich sie ansah und dabei den Sessellift berührte. Ich legte meine Rose nieder und als ich in den Wagen stieg, waren die Murmeltiere immer noch da. Sogar mein Freund fand das damals erschreckend. So fuhr ich dann los. Als mein Mann starb, fing mitten in der Nacht mein siebeneinhalbjähriger Sohn an zu schreien und sagte, sein Vater habe ihn geküsst, auf dem Kopf das Kreuzzeichen gemacht. Er traute sich nicht mehr, dort zu schlafen. Als ich ihn darauf ansprach, sagte er, das ist nicht wahr, das war ein Traum, Mama. Warum hast du ein Jahr lang bei mir geschlafen? Aber er will es nicht zugeben. Ich glaube, er baut sich einen Schutzwall auf. Vor dem Tod meines Mannes spielten meine Kinder Musik. Ein Musiklehrer kam ins Haus, um ihm Unterricht zu geben. Nach dem Tod meines Mannes unterstützte ich das weiterhin. Er war der letzte französische Herztransplantierte. Er war alt, nun ist er verstorben. Dienstags kam er. Ich verwöhnte ihn mit Kuchen und er trank einen Fruchtsaft. Als wir so auf dem Sofa saßen, sahen wir plötzlich jemanden von der Tür zum Treppenaufgang gehen. Ähnlich einer Wolke, die aus einem Schnellkochtopf kommt und aufwärts steigt. Diese Wolke hier bewegte sich aufwärts. Ich ging nach oben und dort, ganz oben, wurde mir kalt, so richtig kalt. Als hätte man mich in Eiswasser getaucht. Ich pustete und es dampfte. Als würde man bei Kälte draußen sprechen. Seit jenem Tag gehe ich nach oben, dessen Gewahr, dass jemand dort oben ist. Ich habe vor nichts mehr Angst. Sylvie, vielen Dank, dass Sie diese Erfahrung mit uns geteilt haben. Am 21. Februar 2012, dann haben Sie eine weitere Erfahrung gemacht, und zwar eine Nahtoderfahrung. Könnten Sie uns schildern, wie es dazu kam und wie Sie das erlebten? Seit 2008 habe ich große Rückenprobleme. Am Morgen des 21. Februar 2012, dann war der Leidensdruck so groß, dass ich ein Medikament einnahm. Myrolexans, dass die Muskeln entspannen soll. Ich ging in gekrümmter Haltung, solch starke Schmerzen wollte ich meinen drei Söhnen nicht zeigen. So nahm ich dann am Mittag noch eine zweite Tablette. Ich erinnere mich, dass ich ein Huhn mit Pommes gekocht habe. Mein Exfreund saß mit meinen Kindern am Tisch. Ich habe Pastete, das Huhn mit Pommes aufgetragen, sagte dann etwas zu meinen Kindern, wovon ich nicht weiß, ob meine Worte verständlich waren oder nicht. Ich sagte, mir geht es nicht gut, ich gehe jetzt ins Bett. Ich ging ins Schlafzimmer, viel zu Boden, wobei meine Zwillinge große Angst bekamen, die gleiche Szene wie bei ihrem Vater noch einmal zu erleben. Sie riefen die Feuerwehr. Drei Feuerwehrmänner waren im Einsatz. Ich lag auf dem Boden. Ein Feuerwehrmann, ein Oberadjodan, klopfte mein Gesicht ab, gab mir ein paar Klapse und sagte, bleiben Sie bei uns, Frau Audemont, nicht wegbleiben. Irgendwann spürte ich die Klapse nicht mehr. Ich befand mich auf einem engen Flur mit dicken Wänden auf beiden Seiten. Verstehen Sie, es war keine Watte, kein Schnee und auch keine Zuckerwatte. Ich kann Ihnen nicht erklären, was es war. Es war weiß, ohne weiß zu sein. Mir war, würde es meine Hand berühren, als ginge meine Hand dann hindurch. Es war seltsam. Nun, zwei große Wände und auf dem Boden war ein dicker weißer Teppich. Ich bewegte mich, schob mich weiter vorwärts, hatte jedoch kein Gewicht. Es war, als wäre ich ein Blatt und dennoch schritt ich voran. All das war irgendwie diese Geräuschlosigkeit. Und auf jeder Seite eine Wand. Ich bewegte mich ganz sanft und in der Ferne, sehr weit weg, sah ich einen Lichtkreis. wie soll ich dieses Licht erklären? Es ist nicht das Licht, das wir sonst sehen. Es ist ein Licht, das weder weiß noch gelb ist, noch... Es ist ein Licht, das dich einlädt, zu ihm zu kommen. Und es war weit weg, von meinem Standort aus war es ungefähr vier Zentimeter groß und ich war weit weg davon. Wenn man zu Hause ist und seine Ruhe hat, sagt man, oh wie schön, nun haben wir unsere Ruhe. Und doch sind immer noch Geräusche da, aber dort war nichts. Nichts! Ich fühlte mich wohl, nichts tat mir weh. Dann spürte ich die Klapse wieder und hörte dann rechts von mir den Feuerwehrmann sagen, nicht wegbleiben, nicht wegbleiben, Frau Audemont, bleiben Sie bei uns. Ich spürte den Klaps, aber es tat nicht mehr weh. Und dann bewegte ich mich sanft auf dieses Licht zu und ich fühlte mich unfassbar wohl. Kein Leiden mehr, nichts tat mir mehr weh. Und ich fühlte mich so wohl, eingehüllt und entspannt. Und ich bewegte mich voran. Irgendwann auf meiner rechten Seite sah ich eine kleine Stabfigur, ähnlich einer Zeichnung von drei- bis vierjährigen Kindern. Ein Kreis mit einem Stock, zwei Beinen und zwei Armen genau links von diesem Licht. Ich ging weiter, sah diese Figur. Ich sah nicht meine kleine Schwester, die mit 16 Jahren starb, noch Mutter und Vater, nicht meine Freundin, meinen Mann. Keinen Schwiegervater, keine Großeltern. Keinen von ihnen sah ich. Nur diese kleine Stabfigur. Links von diesem Licht, die sich nicht rührte, sagte und in all dieser Ruhe ging ich weiter, als ich auf einmal hörte, nein, es war nicht das Nein eines Mannes, einer Frau oder eines Kindes. Ich werde nie wissen, was es war. Seit 2012 versuche ich zu ergründen, wer diese kleine Stabfigur ist. und nun, während ich mit ihnen sprach, wurde mir etwas klar. Im Jahr 1985 bekam ich Zwillinge. Ich hatte zwei Fehlgeburten und als ich entbunden hatte, kam der Arzt und die Hebamme zu mir in den Kreißsaal, auch mein Mann war da. Sie fragten mich, wussten Sie, dass Sie wieder Zwillinge erwarten? Ich sagte, nein. Und der Arzt antwortete, einer der Zwillingsbrüder blieb in der Plazenta. Es waren eineiige Zwillinge. Er muss im dritten Schwangerschaftsmonat gestorben sein. Als er starb, blieb er in der Plazenta stecken. Ich fragte ihn, hätte ich deshalb sterben können, etwa an einer Folgeerkrankung? Er sagte, bedenken Sie, in der Plazenta steckt einer der Föten. Wenn Sie diesen Fötus verloren hätten, hätten Sie auch Ihren Sohn verloren, denn Sie waren eineiige Zwillinge. Also ein einziges Behältnis, eine Plazenta für zwei. Seit dieser Nahtoderfahrung habe ich nach dieser kleinen Stabfigur gesucht, was das wohl sein könnte. Ich wollte diesem Kind einen Namen geben, auch wenn es nicht geboren wurde, und ich nannte es Joseline. Als ich den 33. Geburtstag meines Sohnes feierte, gratulierte ich in Gedanken auch ihm zum Geburtstag, weil er doch noch bei mir ist. Ich glaube, dass dieser kleine Hamster ein Kind war, das nicht geboren wurde, weil es Nein sagte, um seinen Bruder zu beschützen, dem es sich sagte, ich gehe nicht ins Licht, weil mein Bruder, mein Zwillingsbruder mich braucht. So wachte ich auf, aber nicht so, wie manche Berichten, die in den Körper zurückgekehrt sind. Ich bin einfach aufgewacht. Ich bekam einen Klaps und spürte den Schmerz wieder, auch die Schmerzen in meinem Rücken. Der Feuerwehrmann sagte, das war's, sie ist wach, schlafen Sie nicht wieder ein, Madame, folgen Sie mir, Sie schlafen jetzt nicht mehr, Sie sind bei mir. Dann kam ich zurück ins Krankenhaus. Mein Erlebnis behielt ich für mich. Ich versuchte aber auch, mit meinen Kindern darüber zu sprechen. Aber meine Kinder sind Wissenschaftler, sie glauben nur das, was sie sehen. Somit musste ich das alles alleine mit mir herumtragen. Ich wollte mit jemandem darüber sprechen, war bei zwei Psychiatern, auch bei einem Psychologen, denn so langsam fragte ich mich, ob ich verrückt bin. Alle drei, auch mein Hausarzt, sagt mir, dass ich normal bin. Dass ich nur eine Frau bin, müde geworden vom Leben und ihrer Kindheit, denn ich hatte keine so gute Kindheit. Wohl war ich müde, aber nicht verrückt, nicht bipolar, nichts davon. Als ich dann ihre Videos sah, begriff ich, dass ich nicht allein war und sagte mir, nun endlich wird dir klar, Sylvie, was du da erlebt hast. Es ist eine Nahtoderfahrung. Zudem hast du auch Christian gesehen. Vielen Dank, Sylvie. Vielen Dank. Sie sagt mir kurz zuvor, dass sie, glaube ich, vor nichts mehr Angst hätten. So haben sie wohl auch keine Angst mehr vor dem Tod? Nein, ich habe keine Angst mehr vor dem Tod, weil ich weiß, was dahinter steckt. Schon jetzt habe ich vor nichts mehr Angst, auch nicht vor dem Tod. Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist, dass ich bis zu meinem Tod leiden muss. Ich will nicht leiden, bevor ich sterbe. Das ist verständlich. Und hierzu weiß ich noch etwas zu sagen. Meine Mutter starb an Darmkrebs im Endstadium, erkrankte sie an Knochenkrebs. Meine Mutter war Pikadin und am selben Tag, als sie ins Koma fiel, sagte sie auf Pikadisch zu ihrem Vater, den sie verehrte, Papa, spann die Pferde an. Ich komme, spann die Pferde an, gleich bin ich da. Das bedeutet, Papa, spann die Pferde vor den Flug. Ich komme. Sie waren Landwirte. Ich glaube, dass sie ihren Vater sah und ging. Kurz darauf ist sie dann gestorben. Ich habe keine Angst vor dem Sterben, ganz ehrlich. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Sylvie, haben Sie in Ihrem Leben eine Religion praktiziert oder eher nicht? Haben Sie einen bestimmten Glauben oder auch gar keinen? Meine Mutter war katholisch, war nicht praktizierend gläubig und sie hatte neun Kinder. Jeden Sonntag hörte sich meine Mutter die Messe im Fernsehen an. Sie sprach auch Latein. Sie liebte lateinische Messen. Auch gregorianische Gesänge. Jedoch ging sie nicht in die Kirche, wohl weil wir neun Kinder waren. Ich habe jedoch die Kommunion empfangen. Ich bin auch getauft. Ich habe kirchlich geheiratet. Ich war aber wohl mehr oder weniger nur deshalb Christin, weil meine Mutter Christin war. Mein Vater war Atheist und nicht mehr als das. Er glaubte an gar nichts. Ab und zu ging ich in die Kirche, um eine Kerze für meine jüngere, 16-jährige Schwester anzuzünden, aber ansonsten ging ich nicht in die Kirche. Das war dann wohl nur ein kultureller Aspekt. Ja, das Einzige, was ich Ihnen seit der Nahtoderfahrung hier zu sagen kann, ist, dass ich im Ruhestand bin. Dass ich 60 Jahre alt bin und dass ich Menschen bei ihren Rentenanträgen, bei ihren Scheidungsanträgen oder bei ihren Pensionsanträgen unterstütze. Eben nur Verwaltung. Es ist schon lustig. Mein Begleiter meinte dazu, du ziehst sie an. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Wir kaufen ein und einmal in einem Lebensmittelgeschäft. Als wir gerade Tomaten kauften, sprach uns eine Dame an und in fünf Minuten wusste ich alles über ihr Leben. Ich spiele Lotto, ich trinke nicht, ich rauche nicht, aber ich spiele samstags Lotto und trinke meinen Kaffee Creme. Erst letzten Samstag saß ich still da und trank meinen Kaffee Creme, als plötzlich ein Herr vor mir stand. Und innerhalb einer halben Stunde wusste ich alles über sein Leben, obwohl ich diesen Herrn nicht kannte. An der Kasse im Großmarkt stand eine Dame da und fünf Minuten später, sodass mein Freund mich fragte, woher weißt du das? Kennst du sie? Ich, nein, ich kenne sie nicht. Und er, warum spricht sie dann mit dir? Nun, ich werde nicht zu ihnen sagen, liebe Frau, lieber Herr, ich habe keine Lust, ihnen zuzuhören, wenn sie mich ansprechen. Ja, völlig richtig. Seitdem ich diese Erfahrung hatte, kommen die Leute auf mich zu. Und morgen, ach nein, am Montag, erstelle ich für jemanden eine Rentenakte sowie Behindertenakte für eine kleine Tasse Kaffee. Als Gegenleistung für meine Arbeit bitte ich dann um eine kleine Tasse Kaffee. Und indem ich so handle und an Menschen sehe, die glücklich sind, dann fehlt mir nur noch eines. Nein, keine Dankbarkeit, sondern in Augen zu sehen, die leuchten. Vielen Dank, Sylvie, für das Interview. Vielen Dank. Vielen Dank, Katharine, und bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Sie auch. Danke und tschüss. Vielen Dank.